Guten Abend, liebe Jazzfreunde. In unserer heutigen Sendung mit Ausschnitten von Konzerten von den 12. Leverkusener Jazz-Tagen drei Gruppen. Den Anfang macht das Quintett des Saxophonisten Bobby Watson. Dann anschließend im Mittelpunkt unserer Sendung die Saxophon-Legende Gary Mulligan. Und zum Abschluss einen Ausschnitt aus dem Konzert des Paterorchesters, für das Norbert Stein eine Auftragsproduktion für die Leverkusener Jazz-Tage geschrieben hat mit dem Titel Ritual Live. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. 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 Ich wünsche Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. 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 Ich wünsche Ihnen. 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 Ich wünsche Ihnen.